Es geht los, jetzt bei der Version, vergessen wie sie heißt, haben wir auf jeden Fall total vergessen aufzunehmen und sind deswegen jetzt schon in dem Bildschirm hier, also haben schon nicht angefangen, aber halt eben sind schon hier im... So, komm jetzt. Moritz in der AC. Weißt du das nochmal? Überwache. Überwache, genau. Und Icke halt eben hier. So an fünf Minuten Zeit, let's go. Malance, Domen, Color, Densai, Densai. Watz, woanders. Digga, hier ist ein Auto übrigens, wo ich ein Ziel. So. Jetzt kann ich eigentlich nur warten und gucken, dass Moritz hier alles richtig macht. Da ist der Heli. So. Jetzt kann ich jetzt groß viel machen. Lass mal warten. Da ist der Heli. Sehr schön. So, ich fange auch mal los. To the farm, also hier entlang. Sehr schön. So, ich lasse dich erstmal wieder ein bisschen töten. Dann kann ich hier ins Haus. Oh, ist einer drin, Alter. Da war doch eben schon einer drin. Trotzdem hat mich erschrocken. Ich laufe mal los, ne? Ich weiß ja, wo ich hinlaufe, hier, ob das Feld. Ja. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ich hab auf dem Dach, ne? Oder wo war das jetzt? So. Schön hier. Schön hier. Warte, Henni, 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 hab ich... Das und hier ist ein Henni. Warte, ja. Da, da. Warte mal, lass mal die Scheiß mal auf die Kante nehmen. Lass mal die hier. Sehr bücher drive, boy. Alter, ich bin jetzt tot. Granater Tee. Mit der granater Tee. Wo? Ähm, da. Ja, natürlich. Sehr bücher drive, boy. Hast du's? Ja, links. Hab's. Gut. Fehler frei. Pepe. Du, ey ey. Ja, wir sind dann jetzt so... Tschüss. Tschüss. Tschüss, ne? Tschüss, Joey.